Ja, so liebe Freunde, wir sind zurück und ja, wie ihr seht, die Tür ist wieder zu, denn wir haben die Lösung gefunden, die ist wirklich recht gut. Denn es ist ja eine Rätsel-Adventure-Map und wenn wir hier nochmal reingehen... Ja, nicht in den Trichter. Äh, doch, müsste eigentlich im Chat was kommen. Ach, das ist falsch. Ja, auf jeden Fall stand da ja 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Ja, genau, da stand ja im als Code 1, 2, 3, 4, 5 und das müssen wir jetzt so machen. Und dann müssen wir das da reinschmeißen und dann öffnet sich nämlich die Tür hier. Gut, ich muss echt sagen, gut gemacht. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wie... Aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, was wir hier machen müssen. Ob wir das, ob wir das wahrscheinlich schon kaputt gemacht haben. Nein, ich habe es ja wieder repariert. Warte, ich drücke mal den Knopf. Ja. Ja, ich bin sicher, dass ich... I shall give you a... Lol. Und jetzt hat er uns einen Tipp gegeben. Ich weiß nicht. Jetzt müssen wir hier irgendwas lösen. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Vielleicht müssen wir... Wird das so... 1, 2, 3... Jetzt habe ich, glaube ich, einen ausgelassen. So, was ist nicht die Rätsel? Oder wir müssen... Warte mal. Schreib mal nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Nein, ich mach. Mach. Ah, mach. Mach, ähm. Ich schreib da jetzt 1, 9 rein. Nein. Nein, nein, scheiße. Falsch, falsch, warte. Ich sag's dir, ich sag's dir, ich sag's dir. 9, wir brauchen 9 als erstes. Warte, ich sag's dir. Ich geh, geh zum Amboss. Ja. Du musst vorne an der ersten Druck bleiben. Okay, okay, okay. Okay. Ja, sag. Bereit? 9. Ja. 3. Ja. 5. Ja. 1. Ja. 8, 7, 6. 6, das war's. Ja. Okay, Sekunde. Checking. Ah! Sauber. Okay, jetzt hier. Hier ist ein Buch. Was war das? Was hast du grad gedrückt? Das ist eine Redstone Druckplatte. Was ist da drin? Aha, okay. Was? Ich glaub ich hab schon das Rätsel. Guck mal, guck mal in den Dropper rein. Da musst du die Geschichte öffnen. Nein. Der ist jetzt zu. Was? Hier, hier, warte. Hier steht 3, 9, 6, 6, 4. Hier. In dem Dropper. Oh mein Gott. 3, 9, 6, 6, 4. Lol, das kann man alleine schaffen. Die Map kann man sogar alleine schaffen. Ja, klar. Kann man. Checking. Ahhhh. So. Lol, was liegt jetzt hier? Oh lol, warte. Sammeln mal nicht ein. Jetzt hab ich's aufgesammelt. Was muss man hier machen? Nein, das ist eine Kiste. Okay. Oh lol. Ah, okay, ich weiß. Knopf. Na, du hast uns das Inventar gekleert, du. Ups. Warte, ich sammle mal alles auf. Na, die Dinger respawn. Ja, okay, jetzt gib mir mal noch eine Farbe. Das Grün. Hab ich da rein. Okay, das ist nämlich der Code. Geh mal zurück zum Amboss. Ja. Hast du ein Papier? Nee, aber da vorne ist eins. Okay. Ja. Der Code ist 9. Woher weißt du das? Weil ich, weil die Farben in einer unterschiedlichen Menge da sind. Und da sind die Mengen, da sind das die Reihenfolge. Ach so. Schätz ich jetzt mal. 9? Warte. Ich hab grad ein Problem. Ich hab grad dieses Dunkel-Dings nicht. Lol, warte. Ich hab andere Theorie. Ich glaub, ich hab hier... Ich hab hier was aufgesammelt, was ich nicht hätte sollen. Wir müssen nochmal Inventar clearen, dass es nochmal neu ist. Warum was hast du aufgesammelt? Die Sachen. Warte ich. Ich bleib mal hier im Eck stehen, bis die Sachen respawnen. Äh, du musst aber alles von der Plattform wegmachen, gell. Okay. Da fehlt aber noch was. Ja, mir fehlt nämlich was. Es sind nur zwei Graue insgesamt, Juli. Weil du hast da schon zwei Graue eingesammelt. Scheiße. Hast du jetzt alles eingesammelt? Ja, aber alles doppelt. Dann schmeiß es mal weg. Ach so. Ne, da hinten. Ich brauch das... Ich brauch das Dunkel noch. Was machst du? Ja, jetzt warte. Jetzt respawns gleich alles. Ja, jetzt... Ne, jetzt respawns. Ich brauch das Dunkel da hinten. Brauch ich hellgrau. Guck mal kurz. Scheiße. Du brauchst rot. Okay. Grün. Das komische blaue. Hab ich nicht. Was ist das dann? Das graue. Ne. Was ist das? Grün, ich hab grün. Grün. Brauch ich grau. Brauch ich grau. Komm einfach mal alles ein. Und das gelbe, das gelbe brauchst. Gelb auch. Hast du das lila ne? Ja, hab ich. Pass auf, ich guck mal ob ich alles hab. Ne, grau brauche ich nicht. Das eine grün fehlt mir noch. Welches? Ich hol's dir, weil es ist dein Inventar im Arsch. Das dunkle. Ja, warte, ich hol's dir. Das ist hier noch nirgends. Das gibt's da nicht. Das wird... Das ist immer anders. Das grün fehlt mir. Das kommt da nach hinten. Das kommt da hin. Ach, ich hab das lila ne. Das lila ne sind vier. Vier lila ne und acht. Ja, das lila ne hab ich. Hier ist das blaue, hier ist das blaue. Okay. Hier ist das... Mir fehlt noch dunkel... Okay, dunkelgrün. Okay, okay, okay. Ich hab's. Jetzt kannst du einfach durchgehen. Warte, ich muss raus. Ja, Papier. Sack. 9, 8, 5, 3, 4. 9, 8, 5, 3, 4. Hier. Alles klar. Probier mal. Okay. Wohl. Aber jetzt hab ich hier das ganze Zeug, das das farbige ich entlärmig mal. Ich auch. Ja, du sammelst halt wieder auf. So. Wir hätten auch Clear Inventory machen können. Ach komm, es mal nicht kurz. Okay, da sind Blätter drin. Ich drück jetzt mal den Schatten. Wow. Okay, und jetzt? Wow, was hast du gedrückt? Was hast du gedrückt? Ah, ja, guck mal was da für ein Papier rauskommt. Äh, wie komm ich jetzt hier wieder hoch? Ich glaub. Ah, okay. Jetzt ist mein, äh, jetzt ist der Zettel weg. Ja, meins auch. What? Warte mal, das Lava muss doch irgendwas heißen. Au. 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 Pfff. Oh lol. Ja. Hey, der ist wieder weg. Loll. Loll. Nicht liefen, Jannis. Ja, Verbindung wurde unterbrochen, stand da grad. Ach so. Ich mach dann schon mal. 2, 3, 0, 4, 5, okay. Alles klar. Loll. What the hell, ich kann mich nicht zu dir teleportieren. Du bist nicht mehr auf dem Server. Loll. War ich grad auf dem falschen? Nein, ich war doch auf dem richtigen. Nee, bei mir nicht. Jetzt. Auf welchen bisschen du grad, auf welchen bisschen du grad gejoint? Ja, auf den, wo wir vorher drauf sind. Auf der, auf unseren... Infinity. Ja, gut, aber du musst ja dann noch in SG rein. Ach, scheiße, genau. Oh Gott, hey. Ach, Jannis. Was steht denn da? Warum, warum wird es nicht angenommen? Ja. Okay, lol. Jetzt bin ich wieder da. Also, was? Hast du's? Nein! Ich glaub... Hm. Das heißt auch DEV.